hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von let's learn prolog auf meinem kanal from bits to bytes nach einer etwas längeren arbeitsbedingten pause bin ich wieder zurück mit dem teil 3 des prolog tutorials mit dem thema fakten 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 was haben wir bisher gemacht na ja eigentlich noch nicht so viel wir haben prolog im ersten part installiert entweder unter windows oder auf dem mac und haben einfache anfragen an prolog gestellt was wir uns dazu vielleicht noch mal kurz vor augen führen sollten sind solche standard regeln die wir auch in diesem video wieder brauchen werden beispielsweise schließen wir anfragen oder ja doch anfragen an prolog und auch später fakten und regeln immer mit einem punkt ab wir können aussagen miteinander verknüpfen sei es mit dem komma was einem logischen und entspricht oder sei es mit einem semikolon was dem logischen oder entspricht jetzt können wir damit relativ schön rum spielen aber so wirklich viel bringt uns das noch nichts weil wir sind ja letztendlich auf eine zeile beschränkt oder auf einen befehl beschränkt den wir vielleicht mit einigen uns und oders verknüpfen können aber insgesamt ist der spielraum den wir da haben doch relativ klein deshalb schauen wir uns in diesem video an wie wir eine fakten basis erstellen können und werden dann anfragen an diese fakten basis stellen das ganze führt dahin dass wir uns im nächsten video anschauen werden wie wir noch weitere regeln definieren können die auf der fakten basis basieren in unserem prolog editor von gerhard röner erinnern wir uns dass wir zwei zwei große eingabe bereiche hatten in dem einen können wir direkt die datei eingeben oder die fakten basis angeben wenn wir den swi prolog editor hier benutzen müssen wir zuerst auf file new gehen um da eben eine solche datei anzulegen ich nenne die mal test punkt pl pl für prolog letztendlich ist die endung aber total egal das liegt bei euch wir erstellen die datei und dann sollte sich hier ein fenster öffnen mit dem editor drin da haben wir ihn da steht momentan noch nicht viel drin gar nichts aber wir werden das jetzt relativ schnell füllen und zwar können wir da jetzt beliebige fakten reinschreiben die wir in unserem programm verwenden möchten wie es ein faktum aufgebaut ein faktum hat erst einmal einen namen ein name beispielsweise mann und dahinter schreiben wir in klammern ja was letztendlich ein mann ist also wir könnten jetzt hier zum beispiel frederik reinschreiben und dann kann man das so lesen frederik ist ein mann wir können noch weitere namen nehmen zum beispiel frodo frodo ist ebenfalls ein mann was haben wir noch ferdinand drei männer die wir jetzt in unserer fakten basis aufgenommen haben also noch mal kurz zum aufbau vorne der name des faktums und dahinter angegeben was letztendlich ja zu dem faktum gehört was die verknüpfung ist wir können jetzt hier in dem editor draufklicken und sehen unten wenn er nicht gerade zwischen speichern mann schrägstrich 1 die 1 gibt an wie viele fakten zugehörigen fakten zugehörige elemente wir in dem faktum drin haben das ist hier nur eins nämlich der name wir könnten aber auch wir können ja erst mal frau frederike und jetzt könnten wir sagen ehepaar frederik und frede rieke das heißt ein faktum ist nicht nur auf ein bestandteil beschränkt sondern kann eben auch eine verknüpfung aus zweien sein damit vielleicht von vornherein klar ist dass hier keine direkte verknüpfung zwischen dem namen hier dargelegt wird frederik was ich hier unten schreibe hat nichts direkt mit dem frederik hier oben im faktum zu tun letztendlich ist es nur eine bezeichnung die prolog an der stelle vornimmt wenn wir jetzt hier auf ehepaar sehen sehen wir auch hier unten ehepaar 2 das heißt wir haben hier zwei bestandteile man spricht ja auch von der arität eines faktums so wir haben die erste kleine faktenbasis aufgestellt das ganze speichern wir und jetzt können wir das in prolog im abfragefenster benutzen wie machen wir das naja erstmal müssen wir prolog sagen welche der datei es überhaupt benutzen soll und dazu können wir den consult befehl benutzen also file consult wir wählen die datei aus öffnen die dann sehen wir jetzt hier dass er das compiled hat ist es hat alles funktioniert und jetzt kann ich anfragen stellen die zu dieser faktenbasis gehören beispielsweise kann ich fragen ist frederik ein mann und ich bekomme tru zurück weil hier neben eben in der faktenbasis frederik als mann aufgeführt ist ich kann auch abfragen ob beispielsweise frau frederike und sehr ja frau frederike ist eine frau na gut was könnte noch passieren naja ich könnte zum beispiel abfragen ob torsten ein mann ist was für uns jetzt erstmal mit einem jahr beantwortet werden kann ist für prolog falsch warum ja prolog kennt natürlich nicht vor und nachnamen von männern und ist auf die faktenbasis angewiesen und es wird so definiert dass alles was in der faktenbasis drin steht war ist alles was nicht in der faktenbasis steht und nicht aus der faktenbasis abgeleitet werden kann ist falsch das heißt mann torsten finden wir eben nicht in unserer basis hier für prolog heißt das nicht ich kann es nicht nachweisen ich kann es nicht beweisen also ist es falsch das wird spannender wenn wir jetzt das ehepaar nehmen und zwar frage ich ist frederik und frederike sind hier ein ehepaar und das stimmt aber wenn ich jetzt entsprechend sage ist denn frederike und frederik ein ehepaar bekomme ich falsch zurück wieder etwas was für uns eigentlich relativ logisch wäre weil wir im regelfall davon ausgehen wenn der eine mit dem anderen verheiratet ist dass der andere auch mit dem einen verheiratet ist für prolog nicht so direkt weil prolog wirklich auf die reihenfolge der fakten bestandteile achtet das ganze können wir jetzt auch mit variablen die haben wir ja im letzten video schon kennengelernt ich kann zum beispiel fragen wer ist ein mann und da schreibe ich jetzt nichts klein rein wie vorher frederik sondern groß eine variable schließe das mit einem punkt ab und sehe jetzt als erste lösung bekomme ich x ist gleich frederik ja frederik ist ein mann stimmt jetzt sehen wir aber zusätzlich noch das prolog nicht wieder in die eingabemaske zurückgeht mit dem fragezeichen minus sondern quasi noch in dieser anfrage verharrt ich habe jetzt zwei möglichkeiten ich kann einerseits sagen okay das ist das was ich haben wollte das kann ich jetzt quasi mit einem punkt abschließen oder ich kann sagen naja so ganz ist das doch nicht ich hätte gerne noch weitere lösungen das kann ich mit einem semikolon machen das prolog hier jetzt nicht schreibt aber dann serviert mir prolog die nächste lösung x ist gleich frodo jetzt kommt wenn ich dann noch einmal das semikolon drücke kommt ferdinand und danach nichts mehr weil es eben keine weitere lösung gibt für keine weitere lösung gibt für mann wenn ich frau frederike abfrage quatsch frau frederike war jetzt hier das falsche bauspiel sondern frau x dann bekomme ich nur die eine lösung weil es gibt nur ein faktum frau ich kann zusätzlich mit variablen belegungen arbeiten so ich sage ehepaar xy an dieser stelle belegt prolog x und y mit fakten oder mit mit bezeichnungen die es in der fakten basis findet jetzt kann ich sagen der an der ersten stelle steht muss ein mann sein und der an der zweiten stelle steht sollte bitte eine frau sein prolog gibt mir jetzt die variablen belegung zurück wir kennen das aus dem letzten video für die diese aussage wahr wird das heißt x und y erfüllt alle diese bedingungen bedingung 1 ehepaar xy ok ehepaar frederik frederike bedingung 2 mann x mann wurde mit frederik belegt aus dem ersten faktum mann frederik ist wahr zusätzlich frau y frau frederike ist ebenfalls wahr das ein erster kurzer überblick über das was wir in der fakten basis anstellen können wir werden im nächsten video weitergehen und noch ein paar regeln definieren mit denen wir dann noch viel spannendere sachen in prolog machen können was haben wir heute gemacht naja heute haben wir erst mal nur gelernt wie wir eine fakten basis anlegen können wie wir da fakten eintragen können wir haben kennengelernt dass wir den consult befehl benutzen müssen immer wenn sich hier neben in der fakten basis etwas verändert das kann ich gerade noch mal zeigen muss ich es erst speichern und wenn ich jetzt die anfrage stellen würde frau frauke würde ich immer noch ein falls bekommen warum ich habe es noch nicht konsultiert mit dem consult befehl einsetzen konsultieren und jetzt kann ich die gleiche anfrage wie vorhin stellen und jetzt ist die war das heißt bei jeder änderung muss die daten basis gespeichert werden und neu konsultiert werden wir haben gesehen wie wir anfragen an prolog stellen können da auch schon ein paar komplexere im nächsten video wie gesagt regeln und dann werden wir ein bisschen üben viele verschiedene sachen benutzen und ja uns mal schauen wie prolog eigentlich so eine anfrage abarbeitet macht's gut das ist doch und Untertitelung des ZDF für funk, 2017